Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin heute am Fahrradfahren, wie man fast vermuten kann. Bin schon mittendrin, aber fahre keine Tour, sondern zeige ich gleich nach dem Intro, was ich mache. Ich fahre heute einfach nur einen Berg hoch und runter. Mehr nicht. Das mache ich jetzt eine Stunde lang. Hoch und runter. Gut für die Beine. Einfach hoch, Anstrengung, runter, kurze Entspannungsphase und dann wieder hoch. Ich bin schon auf dem Weg nach oben. Bin schon das erste Mal fast oben angekommen. Und drehe gleich. Wobei man im Hintergrund wahrscheinlich schon wieder die Autobahn hört. Und vielleicht auch sieht. Sieht man das? Ich drehe es mal ein bisschen. Guck mal. Dahin ist die Autobahn. Ja, macht auch nichts. Ist ja auch wurscht jetzt. Weil ich bin wieder runter, um dann wieder hochfahren zu können. Ja, ich melde mich gleich. Wieder auf dem Weg nach oben. Nach oben zu fahren dauert ungefähr 5 Minuten. Runter gefahren bin ich in 30 Sekunden. Ja, aber es war dann nur eine kurze Pause, um dann wieder in die Pedale drehen zu können. Ja, das ist jetzt eine Stunde. Ich weiß nicht, wie lange ich mache. Wie oft? Wahrscheinlich so 17, 18 Mal. Und dann habe ich mein Pensum für heute gemacht. Da bin ich froh. Ich melde mich gleich. Ich komme jetzt zum sechsten Mal oben am Berg an. Schon anstrengend. Vor allem ist es langweilig. Ich muss mal was Neues einfallen lassen. Habe ich auch schon. Achtung. Bei der nächsten Steigerung mache ich zwischendurch mal ein paar Liegestütze. Ja, da komme ich gleich zu. Sehen wir gleich. Ja, da ist das Fahrrad umgefallen. Macht nichts. Liegestütze habe ich trotzdem gemacht. Jetzt geht es weiter hoch. Bescheuert. Ja. Ja. Kann passieren. So. Jetzt wird weiter nach oben gefahren. Anstieg Nummer 7. Ich bin jetzt bei Anstieg Nummer 11. Und es geht ganz schön um die Beine. Nicht ohne. Auf jeden Fall werde ich beim nächsten Anstieg wieder irgendwas anderes machen. Zwischendrin muss man noch was ausdenken. Ob es Liegestütze sind oder irgendwelche anderen Übungen. Mal gucken. Kann man sicherlich irgendwas machen hier im Geräusch. Bis gleich. Bis gleich. Auf jeden Fall. So. Das waren jetzt 40 schnelle Liegestütze. 40 schnelle Liegestütze und es geht weiter, weiter den Berg hoch. Nummer 12, Nummer 12 haben wir jetzt. So, das waren wieder ein paar Liegestütze und ich muss jetzt erst einmal wieder die Kamera drehen und dann geht's den Berg hoch. Jetzt Nummer 15. Ich bin schon fast eine Stunde unterwegs. Ne, Moment, ich bin schon eine Stunde unterwegs. Oh Mann, ich bin schon eine Stunde unterwegs. Einmal mache ich noch hoch und dann geht's heim. Ja, reicht. Ich bin ganz schön kaputti. Puh. Ich fahr jetzt gerade das letzte Mal den Berg hoch. Hab noch so ungefähr 100 Meter vor mir. Dann darf ich drehen und nach Hause rollen. Geht ja bergab. Muss ich eigentlich fast nur rollen lassen. Ich freu mich schon. Ich bin jetzt eine Stunde sieben Minuten unterwegs, glaube ich. Irgendwie sowas. Und hab ein bisschen mehr gemacht, als ich wollte. Das ist super. Immer ein bisschen mehr, als man eigentlich will. Das ist geil. Und dann merkt man auch eine Steigerung nach ein paar Mal. So. Jetzt bin ich oben angekommen. 16 Mal. Und jetzt lasse ich mich nur nach Hause rollen. Dann sage ich an der Stelle. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Könnt ihr mir nachmachen. Fahrrad hat jeder zu Hause. Und ich habe nicht so ein Hightech-Ding oder so ein Käse. Also. Bis dann. Man sieht sich. Bis dann.